Hallo Uwe, wir sind hier in St. Peter-Ording, es ist ein bisschen windig, ich hoffe die Leute hören uns hier mit dem Mikro. Was ist denn los mit einem Rollstuhl? Ist da der Akku leer oder was? Nein, ich habe den Prago dabei, der Prago zieht gerne und da lasse ich mich ein bisschen von ihm ziehen, das geht dazu auf die Arme. Gut für den Hund und gut für den Papi. Also praktisch eine Reichweiterweiterung hast du da eingebracht. Jawohl, jawohl, schon der Akku und gut für den Hund. Der Hund ist auch müde nachher. Er schläft auch gut. Er schläft auch super. Das macht er sehr schön. Guck mal, aber sauber macht er das. Ja, ja. Er hat ja aber auch noch vorne irgendwie was in der Schnauze, was hat er denn da? Seinen Gummiknobel. Sein richtig Spielzeug. Wir sind keinem Haus schafft er. Zehn bis zwölf. Und dann wird er bremst, oder? Und der Bulle ist legitim, wo sich die Reifen kommt. Und greif Reifen der Halterschutz. Ah ok. Dann werden wir zu schnell. Dann kann es sein, dass ich stütze. Wir sind nicht嘛. gut. Also Paco weiter. Paco weiter, hop, hop. Zack, 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 Zack. Ach, 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 ach!